NORCO Ohio Gepäckträger Aufsatztasche Praktische Aufsatztasche in kompakter Form mit integrierter Flaschenhalterung. Robustes NORCO Nylongewebe mit Diamant-Rippstopp-Struktur. Deckel mit Spannkordel und Reißverschlussinnenfach mit abnehmbarem Schlüsselring. Regenüberzug Gefüttertes, formstabiles Design Praktische Außentaschen Reflektierende Applikationen Und abnehmbarer Schultergurt Robuster, gummierter Boden Universelle Vierpunkt-Klettschlussbefestigung Für alle gängigen Gepäckträger Verde Stay periods Verde Stay Red Verde Stay Verde Stay Verde globo Verde 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 Vielen Dank.